Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Aufnahmesession von City Skylines. Immer noch wieder im Ladescreen, wie jedes Mal, wenn ich eine neue Session anfange. Haben wir hier aufgehört? Ich erinnere mich nicht, dass wir hier aufgehört haben. Moment mal. Doch, wir haben hier wohl aufgehört anscheinend. Dann habe ich doch da den Cut gemacht. Ich dachte schon wieder, ich hatte einen Rollback. Denn gerade als ich angefangen habe... Wo sehe ich denn hier? Müllberge. Ist doch alles noch ganz gut. Und als ich angefangen habe aufzunehmen, waren irgendwie alle meine Spieleinstellungen nicht da, wo sie hätten sein sollen. Und naja, es gab gewisse Probleme mit... Ich baue da mal eben eine Straße hin mit dem Account, den ich ja schließlich habe. Und mit dem ich halt auch Cloud-Saving machen kann. Also, dass ich die Daten in der Cloud direkt speicher und da nicht jedes Mal drauf unbedingt angewiesen bin, dass mein Computer auch so funktioniert, wie er sollte. Denn daraus habe ich ja mittlerweile gelernt, nachdem er letztens mal einmal ausgegangen ist. Wo ich so ein bisschen über das Laptop aufnehmen musste. Und deswegen hatte ich jetzt den Cloud-Speicherung aktiviert. Und ja, irgendwie war das alles weg. Ich konnte mich nicht direkt da einloggen. Das hat nicht sofort funktioniert. Meine Spielstände waren nicht da. Irgendwas war da ein bisschen komisch. Aber jetzt scheint das wieder zu funktionieren. Also hoffe ich mal, dass das nur kurzzeitig war. Und ja, ich hatte... Moment. Das muss ich nochmal eben ändern, weil das nervt mich tierisch. Weg damit. So. Ich möchte nicht, dass diese blöden Twitter-Nachrichten da oben jedes Mal durchfliegen, auch wenn es nicht Twitter sind. Ich weiß, es ist mir aber egal. So. Strom haben wir genug. Wasser haben wir genug. Müll haben wir jetzt auch wieder genug. Das sieht auch ganz gut aus. So. Ja. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Auch das sieht ziemlich gut aus. Ich gucke gerade mal einmal kurz durch, wo wir denn waren. Da oben müssen wir noch was machen mit der Feuerwehr. Das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein Feuerwehrhaus irgendwo hinstellen. Ich glaube lieber hier nach innen oder hier unten an die Hauptstraße. Lieber hier an die Hauptstraße, würde ich sagen. Und da oben... Oh! Das deckt da oben mit ab. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann müssten wir hier unten noch irgendwie sowas hinstellen. Von wo kommt denn hier welcher Verkehr? Da das eine Einbahnstraße ist, müsste ich den eigentlich hier irgendwo so hinbauen. Da noch in die Richtung. Da noch eine Feuerwache hin. Damit ist das dann auch abgedeckt. Das da drüben hoffentlich auch. Anscheinend nicht wirklich. Da muss ich dann nochmal eben ran. Damit die Straßen da drüben auch abgedeckt sind. Von da? Ja, ich denke doch. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ich baue wieder Tunnel. Ups, das ist das falsche Bautrufen. Das überschneidet sich jetzt aber gerade blöderweise mit dem Tunnel, der hier schon ist. Das ist ein bisschen doof. Das machen wir dann nochmal anders. Können wir vielleicht auch sowas hin? Nee, ich glaube ich nehme immer wirklich eine Straße. Dann können wir hier so eine schöne Kurve reinbauen und gehen einfach nach da drüben und schließen das Wohngebieter. Ah, Bahnschienen. Bahnschienen sind da nicht gut. Dann machen wir das hier so. Wir müssen irgendwo da oben dran kommen. Das ist ein bisschen tricky. Die Bahnschienen, die hier laufen, machen das nicht unbedingt einfacher. Das heißt, wir gehen einmal nach hier. Wir machen dann so einen Bogen nach da. Ich muss da mal ein bisschen rüber. Okay, komm schauen. So, nach da in etwa. Das dämliche Snap'n müssen wir mal ausmachen. Das nervt ein ganz kleines bisschen. Und nach oben. Da können wir nirgendwo nach oben, weil wir noch zu nah dran sind. Dann gehen wir noch so ein bisschen nach hier. Ich weiß, das wird uns mindestens ein, zwei Gebäude kosten. Aber das ist leider so. Sogar drei in dem Fall. Aber wir haben jetzt eine Verbindung von rechts nach links da drüben und sollten damit auch die Feuerwehrabdeckung darüber gekriegt haben. Jep, haben wir auch. So, haben wir noch irgendwo ein Feuerwehrproblem? Nicht wirklich, ne? Äh, das ist Gesundheitsabdeckung. Das ist Feuerwehr. Hier unten in dem Bereich, obwohl hier eigentlich alles grün und abgedeckt ist, ist die Brandgefahr noch relativ hoch. Aber ich glaube, das ist noch zu akzeptieren. Wir haben zu wenig Gefängnisse, obwohl wir keine Kriminalität haben. Das heißt, wir werden mal irgendwo in der Nähe der Hauptstraße. Das ist nicht die Hauptstraße, zumindest nicht die, die ich meinte. Das sind unsere Hauptanbindungen, unsere alte. Das ist doch diese Straße hier hoch, ne? Die ist das, ja. Okay. Wir müssten dann mal ein bisschen was bauen. Wir könnten, da haben wir schon ein Gefängnis stehen. Dann könnten wir hier noch, da oben ist auch schon eins. Wir bräuchten mal wieder ein großes zentrales Polizeirevier. Und ich glaube, das stelle ich mal hier unten direkt an die Autobahn. Nur möglichst irgendwo hier hinten, damit es auch in beide Richtungen angeschlossen ist. Das große Polizeirevier sollte jetzt eigentlich die Abdickung dann hoffentlich erhöhen. Aber immer noch nicht weit genug, so wie es aussieht. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist natürlich wieder dunkel, das ist wieder perfekt für Straßenbauarbeiten. Vor allem, weil ich mich da ja als so unglaublich geschickt erwiesen habe in den letzten Zeiten. Jedes Mal, immer wenn es um Straßenbau ging, da war ich ja der Gott überhaupt. Ich konnte ja nichts falsch machen. Und naja, versuche mich dann jetzt nochmal da dran. Ich versuche dann jetzt hier mal eine Spur zu ziehen. Die natürlich erstmal hier in den Boden verschwinden soll. Möglichst weit nach unten, wenn es geht. Und das auch möglichst steil. So, da sind wir schon so weit nach unten, wie es geht. Dann müssten wir jetzt hier unten mal einmal da in diesen Hang rein. Zum Glück geht das ja halbwegs im Bauertool. Jetzt müssten wir das nur mal von der Seite sehen, wo hier der Hang aufhört. So, bis nach da würde ich sagen. Und dann gehen wir von hier direkt an die Oberfläche wieder. So. Und sind dann da schon wieder draußen. Dann haben wir die erste Linie schon mal drin. Und die zweite in die andere Richtung machen wir dann jetzt einfach ganz genauso. So. So, das geht nach hier oben. Und wir müssten jetzt einmal in die andere Richtung bauen wieder. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, weil wir dann gleich die Straße wieder komplett umkehren müssen. Aber ich hätte das gerne halbwegs ordentlich diesmal. So, wieder so kurz wie möglich, damit wir erstmal in den... Hallo? Damit wir erstmal in den Boden kommen. Das funktioniert... Ach, wir sind schon unterirdisch deswegen. Ich würde schon sagen, das kann doch nicht funktionieren. So. So, dann geht's hier nach unten. Dann nach ganz unten. Dann können wir uns da anschließen. Jetzt müssen wir nur die Tunnel, wie gesagt, wieder umdrehen. Ups. Nein. So, 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 so. Und das letzte Stück natürlich auch. So, dann haben wir die Tunnel erstmal hier. Ich glaube, die sind jetzt auch richtig rum. Ich weiß noch nicht. Ist es denn so hell, dass wir mal gucken können? Ausfahrt, Einfahrt. Jawohl, das hat doch funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch hier an die Straße anschließen. Das könnte wiederum ein bisschen tricky werden. Ähm, wir machen dann mal hier das in etwa so. Na, eine gerade Kreuzung hätte ich gerne. In etwa da. Und von da eine Verbindung hier rüber. Und da schließen wir dann die Autobahn dran. Zack. Und... Zack. Dann haben wir da die Autobahnanschlüsse. Jetzt müssen wir nur halt, jetzt wird es gerade zum Glück auch wieder hell, hier vorne den Anschluss an die andere Autobahn noch bauen. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal überirdisch, wenn wir das denn so lassen können. Hier brauchen wir auch keinen Lärmschutz, hier können wir normal bauen. Nur halt da müssen wir mal einmal gucken, dass wir die, äh, Schienennetze wieder anschließen. Oder dass wir die untertunneln. Aber mal gucken, wie rum, ob wir die Schienen nach oben schicken oder die Tunnel. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Einen liebsten würde ich bitte hier an den Kreisverkehr nicht anschließen. Das ist die Spur, die auffährt. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich ziehe das Ding jetzt erstmal, ups, so. Immer bis hier vorne. So, etwa bis da, würde ich sagen. Das war, glaube ich, schon zu nah, ne? Ja, das war schon zu nah. Das habe ich mir doch gedacht. Das wäre auch viel zu einfach gewesen, wenn mal was funktioniert hätte auf dem Lieb. So, etwa bis da. Und ab da gehen wir dann in den Boden. Einmal unter der Bahntrasse durch und auf der anderen Seite wieder raus. So, dann haben wir da das Ding schon mal fertig. Hier drunter müssten wir durch können. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das am besten anstellen. Dann schließen wir uns hier nämlich an. Einmal in diese schöne Position. Dann können wir uns hier nämlich einmal durchmogeln. Wobei, besser wäre es, wenn wir uns hier durchmogeln. Wir brauchen die Straße nochmal ein bisschen anders. Wenn da noch ein Stück Tunnel, da ist noch ein Stück Tunnel im Boden, wo wir uns dran kommen. Das habe ich mir fast gedacht. Das wäre ja auch zu einfach, wenn das auf Anhieb wieder funktioniert hätte. Ich habe das gerade schon mal gesagt, aber es ist einfach so. Ich bin schon wieder zu nah dran, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso brauchen denn die Tunnel immer so unglaublich viel Platz? So. Und ich habe gerade, wie ich merke, vergessen, meinen Timer einzuschalten. Das heißt, ich kriege wieder nicht mit, wenn die Folge zu Ende ist. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Überlänge. Aber ich versuche, mich etwas im Zaun zu halten. Noch habe ich auf jeden Fall Zeit. Noch ist sie nicht vorbei. Das weiß ich. Jo, viel weiß ich tatsächlich. So, bis dahin etwa. Und dann müssten wir uns so rum da anschließen. Dann haben wir die Abfahrt schon mal fertig. Jetzt müssen wir dasselbe nur noch mit der Auffahrt machen. Die würde ich mir dann ganz gerne hier rausziehen. So, direkt da durch. Die ziehe ich dann hier so neben. Das heißt, ich müsste in etwa da hin. Ja, so in etwa bis da. Mit ein bisschen Abstand. So, bis da würde ich sagen. Und dann ab in den Boden. Dasselbe stelle wie gerade. Wir müssten hier unter der Schiene uns durchmogeln. Ja, bravo. Ein Millimeter zu nah an der Schiene und schon funktioniert es nicht mehr. So, jetzt nochmal. Mal nach da. Dann legen wir die hier so neben. Und dann können wir direkt hier hochlaufen lassen. Und dann haben wir da die Schienen angeschlossen. Oh, da kommt schon der erste Verkehr angerollt. Sehr gut. Dann haben wir da oben sogar schon eine Autobahn angeschlossen. Mal gucken, ob da jetzt auch was abfährt. Das wäre natürlich super, wenn das passieren würde. Wenn da wirklich wer runterfährt. Wir könnten jetzt natürlich hier auch noch so eine Abfahrt von dem Bypass hier machen. Aber das ist nicht nötig, würde ich sagen. Wir sind im Plus, oder? Ja, wir sind sogar gut im Plus. Das heißt, wir geben ein bisschen Gas. Dann sehen wir vielleicht auch, wie die Straße wirklich benutzt wird. Direkter Autobahnanschluss nach da oben kann ja schon mal nicht schaden. Der ist jetzt gelegt. Also reinfährt da einiges schon mal gut. Wir könnten sogar jetzt, wenn wir wollten, hier draußen eine Einbahnstraße machen. Das würde ich sagen, auf der einen Seite nur hoch und auf der anderen wieder runter. Da stirbt gerade unser Wald wegen den scheiß Müllverbrennern. Die machen wir da mal weg. Ja, ich bin ganz sicher. Direkt durch den scheiß Müllverbrennungsanlage. Bäh. Die Seuche da muss weg. Sorry, aber das geht so nicht. Das geht ja gar nicht hier oben. So einen braunen Fleck im Wald, wo alle Bäume sterben. Also so krass ist eine Müllverbrennungsanlage nun wirklich nicht. Ich meine, können wir dann vielleicht noch welche mit einer Filteranlage bauen, damit wir nicht ganz so schrecklich sind für die Umwelt? Wir können immer noch keine weitere Kachel kaufen. Finde ich ein bisschen blöd. Was brauchen wir denn für den nächsten Step 55, wenn das, ne? Wir brauchen mehr Einwohner. Ich denke mal, dann kriegen wir auch bald wieder eine neue Kachel. Da drüben haben wir noch das Problem, da ist noch unter der Autobahn, äh, unter der Autobahn, unter der Schiene eine kleine Tunnel, nicht benutzte Tunnelstrecke. Okay, die muss mal weg. Und wir müssten hier oben noch einen Bahnhof hinlegen eigentlich. Den würde ich ganz gerne einfach hier so anklemmen als Zusatz halt, aber nicht als Durchfahrt. Also nicht direkte Durchfahrt. Das könnten wir mal hier machen. Haben wir denn Geld? Ja, wir haben über eine Million, wir sind gut im Plus. Das heißt, wir schließen auch das hier oben mal an das Schienennetz an. Den Bahnhof baue ich mal möglichst zentrumsnah, aber nicht zu nah. Ich muss den ja auch noch hier irgendwo orts bereits belegt. Bist du bescheuert? Warum geht das nicht? Achso, weil die Straße da so einen leichten Knick hat, geht das nicht. Dann bauen wir die direkt hier vor die Autobahn. Da ist der Bahnhof. Und dann gehen wir direkt hier mit dem Gleis in den Boden, und zwar so tief, wie wir nur können. Ja, ja, gefällt es so steil, da auch zu labern. Erstmal machen wir nur so einen Einer-Sprung nach unten, damit die Schiene erstmal weg ist. Und dann verschwinden wir so tief in den Boden, wie wir nur können. Und legen unser Gleis, wo schließen wir uns denn an? Möglichst kurz würde ich mich gerne halten. So, gerade da raus. Und dann hier irgendwo runter Richtung Gleisanlage. Da unten sind die Gleise. So, dann machen wir das bis hier. Beziehungsweise nur so bis da. Wir müssen ja... Oh, 80.000, ist das teuer. Wir müssen ja schließlich noch nach oben. Na, da müssen wir doch noch ein Stückchen näher ran. So, bis dahin etwa. So. Na, ich weiß, dass es geht. Ich habe es gerade einmal blau aufleuchten sehen. Da war es wieder so. Dann haben wir jetzt nämlich hier auch einen Gleisanschluss. Auf der Seite zumindest schon mal. Auf der anderen Seite machen wir das jetzt auch. In etwa der gleichen Art. Da gehen wir erstmal nur gerade raus. Nein, nach unten mehr nicht. Wird das so kurz, wie es irgendwie geht. Und dann geht es möglichst weit nach unten. So, ich würde mich gerne da in der Kurve anschließen. Mal gucken, ob wir da hinkommen, so ohne weiteres. Gefälle zu steil, ist klar. Jetzt haben wir wieder das Gefälle-Problem, weil wir uns genau hier am Anfang eingeblendet haben. Das ist natürlich nicht so gut. Wir kommen so schnell zurück. Na, da ist wieder das Gefälle-Problem. Aber ne, jetzt geht es. Okay. Okay, komme ich da noch in die Kurve? Ich glaube, so gerade. Das heißt, wir müssen mal, weil die Tunnel da halt im Weg sind. Hä, wir können mal ein bisschen näher ran. Wir müssen uns doch nicht so aus der Vogelperspektive bauen. Dann bauen wir uns so bis nach hier. So, auch da hängen wir am Schienennetz. So, das ist doch schon mal was. Das Schienennetz ist angeschlossen. Jetzt müssen wir da nur noch eine Zugroute hinbauen. Und wir brauchen hier oben noch Strom. Da kommt unsere Stromleitung. Dann ziehe ich die mal hier so unterm Hang entlang, weil da stört sie uns am wenigsten und zieht sie dann nach da oben. Ich denke zumindest mal, dass sie da am wenigsten stört. Dann haben wir da oben Strom. Der Verkehr fließt hier echt nicht wenig. Das geht ganz gut. Nur die Kreuzung hier vor, die wird wahrscheinlich ein Problem werden. Das heißt, über kurz oder lang muss ich dann hier auch wieder über den Kreisverkehr nachdenken. Im Moment läuft das schon nicht wirklich gut. Ist jetzt schon im Stau, oder? Das sieht zumindest so aus. Moment mal, ich brauche mal die Verkehrs... Ja. Okay. Können wir jetzt schon vergessen. Wir brauchen das Ding. Der Bahnhof bleibt definitiv da. Das heißt, wenn überhaupt müssen wir die Tunnel ein Stückchen versetzen. Das heißt, ich drücke mal einmal auf Pause. Ich werde hier die Tunnel einfach schon mal zurückbauen. Ich hoffe mal, wir kriegen vielleicht überhaupt wieder nach oben gezogen, weil das wird wahrscheinlich wieder das Problem überhaupt nicht sein. Dann bauen wir hier mal direkt so eine Umgehung nochmal rein. Beziehungsweise wir bauen da an das Ende einfach einen Kreisverkehr und schließen da die Autobahn dran an. Dafür hätte ich dann gerne aber direkt Autobahnstücke wieder, wie immer. Ich mache dann hier so einen Kreisverkehr hin. Irgendwo da so. Nehmen wir dafür das Tunnel besser. In etwa so ist das Vogelperspektive nicht wirklich so. Ich möchte bitte in etwa sehen, ob ich einen rechten Winkel habe. So, das müsste in etwa hinkommen. Kommt das sowieso nicht. Das Ding wird eh wieder nicht rund. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie halbwegs rund hinzukriegen. Ein Stückchen weiter nach draußen. So, und... Naja, halbwegs rund. Das ist eher ein Ei, aber egal. So, dann machen wir da dran jetzt noch... Oh, Moment mal. Wir sind ja hier oben im Stadtgebiet. Das heißt, wir sollten da draußen besser... ...einen etwas besseren Kreisverkehr bauen. Ich hoffe mal, der fährt auch richtig rum. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Und dann schließen wir da dran jetzt mal hier unsere schöne Straße an. So, ein bisschen geteilt. Wir müssen ja hier zur Seite raus. Nach da. Ja, der fährt richtig rum. Das ist gut. Und die Ausfahrt, die ziehen wir dann hier so raus. Nach da so. Ah, da ist der Winkel wieder zu steil, glaube ich. Dann machen wir das in zwei Etappen. Dann geht es wahrscheinlich. Ja, wusste ich doch. So, dann haben wir da nämlich jetzt einen Direktanschluss, ohne dass es sich da staunen sollte. Theoretisch. Alles in der Theorie. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wie immer. Lärmschutz schon mal dran. Und jetzt können wir dann den Anschluss wieder bauen. Das heißt, wir werden am besten da hinten, werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann dran bauen. Das heißt, wir gehen hier irgendwo raus. So. Nach draußen. Und nach unten. Machen wir direkt hier so eine Kurve rein und schließen uns dann da. Hm, hier fährt jetzt so steil. Ich habe es gewusst. Ich wusste, dass genau das passieren wird. Na, komm schon, komm schon, komm schon. So. Gefälle zu stellen. Wie viel Versatz ist denn da drin? So viel ist es doch gar nicht. Nehmen wir noch ein Stückchen mehr mit raus. Und dann ist da immer noch so ein blödes Gefälle-Problem, weil die... Ah, da ist so eine blöde Hügelkette drüber. Was macht das Ding denn da? Jetzt mal ernsthaft. Warum baut das denn so komisch? Achso. Ja, ich verstehe. Okay, wir müssen dann das ganze Stück wohl nochmal neu bauen. Kompletten Anschluss bis nach da unten. Dann wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Dann geht's. Dann ist das okay, weil ansonsten... Ähm... Der Abstand. Ich kann ja nur drei Etagen nach unten bauen. Das ist als Referenzmittel wohl den Abstand zur Oberfläche. Und damit wäre, wenn ich jetzt hier... Ich gehe mal da so rein. Moment, ich zoome mal so weit rein, wie ich kann. So, jetzt sieht man es hier so ein bisschen. Hier steigt das Gelände an. Und dementsprechend wird auch unser Tunnel ansteigen. Und deswegen funktioniert das nicht. Das heißt, mir brüht hier dasselbe. Ich kann das hier gleich abreißen. Aber das funktioniert sowieso nicht. Die armen Autos, die da jetzt verschüttet wurden, denen geht's gut. Da ist nichts passiert. Keine Sorge. Das sind alles trainierte Profis, die wissen, was sie tun. Hoffe ich. Hätte ich da gerne eine Ausfahrt. Ups, ist das ein bisschen nah dran? Geht, der Tunnel ist da schon ziemlich weit unten. Das ist, glaube ich, okay. So. Gerade machen und nach da unten anschließen. Töck. So, jetzt sollte das laufen. Eigentlich. Oh, jetzt habe ich die Bahn falsch rum gebaut. Ich merke es gerade. Ich merke es gerade selbst. So. Jetzt sollte es wieder laufen. Zeit wieder an. Und der Verkehr fließt in den Kreisverkehr rein. Fehlt jetzt so ein Stück, was wir in der Mitte rausgehackt haben. Aber ich glaube, das könnte den Verkehr hier deutlich entzerrt haben. Müsste laufen, weil es jetzt hier halt keine Kreuzung mehr gibt, an der die warten müssen, bis der Gegenverkehr raus ist. Sondern sie können direkt drauf fahren. Ja, ich glaube doch, das hat was gebracht. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, kann man daraus immer noch eine Einbahnstraße machen. Aber erstmal ist das jetzt da. Die Tunnel laufen. Das Anschlussstück hier hat jetzt richtig gut zu tun. Puh. Puh. Naja, und noch läuft. Solange wie das da nicht rot wird, bleibe ich erstmal bei dem, was wir hier haben. Und ansonsten habe ich ja schon einen sehr guten Tipp bekommen. Und ich denke, der ist auch praktikabel. Nur da müsste ich dann dran gehen. Jetzt im Moment bringt das noch nichts. Das Schienennetz ist angeschlossen. Also werden wir jetzt mal eine Bahnroute bauen. Hier zwischen irgendwo fährt und einfach nur hier über Mitte am besten. Die freuen sich alle. Jetzt fahren wir hier mal so eine ganz komische Route. Wir nehmen doch alles mit. Wollte ich zwar eigentlich gar nicht, aber jetzt machen wir das doch. Einfach nur, weil es dann halt sich besser zusammenknuspern lässt, das Schienensystem hier. Äh. Haben wir hier unten noch was vergessen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollte er jetzt hier lang fahren, nach hier oben. Na los, schließen. Den nehmen wir raus. Wir wollen ja wieder nach hier oben. Da wollte ich schließen. So, jetzt ist der Halt geschlossen. Das Schienennetz ist angeschlossen. Jetzt sollten da auch Züge ankommen. Im Moment fährt hier nur einer und kein Gegenzug. Bis jetzt. Wir werden das wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso nochmal umbauen müssen, das System. Aber im Moment läuft das erstmal hoffentlich nicht. Und hier kommen dann auch Leute an. Im Moment. Warte mal. Ich glaube, ich sehe da sogar schon Leute. Auch wenn es wieder mal dunkel ist. Habe ich da nicht gerade? Doch. Da stehen noch sogar Leute auf dem Bahnsteig. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt ist die Folge auch definitiv zu Ende. Das heißt, wir könnten dann jetzt hier mal einmal die Folge beenden. Und ja, ich glaube so in der Ecke. Ich möchte mal so Richtung, auch wenn man es da hinten nicht erkennen kann, ich möchte mal so Richtung Brandenburger Tor hier runter gucken vom Bahnhof. Leider kann man es nicht erkennen. Vielleicht kriege ich das ja noch hin, dass ich die Tiefenschärfe ein bisschen hochdrehe, damit wir das auch erkennen. Das ist wahrscheinlich alles wieder auf Default runtergestellt. Aber ja, das war eigentlich das, was wir jetzt hier gemacht haben. Den Autobahnanschluss für das Gebiet hier oben und den Bahnhof und so ein bisschen den Müll in Angriff genommen. Ich hoffe mal, ich habe durch den Abriss der beiden Müllverbrennungsanlagen dann nicht zu viel kaputt gemacht. Das gucke ich mir in der nächsten Folge nochmal an. Jetzt bin ich hier auf jeden Fall erstmal wieder raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. 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 Ciao.